Hallo liebe Tennis-Fans, ihr könnt auf der Webseite viprice.org.marachmelzer eine exklusive Reise zu den Australian Open 2020 gewinnen. Das Ganze dient dem guten Zweck und ist für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung. Wir laden dich und deine Begleitperson im Jänner nach Melbourne herzlich ein und für die Unterkunft und Flugkosten kommen wir natürlich gerne auf. Dort könnt ihr dann hinter die Kulissen blicken, mit uns durch den Spielerbereich schlendern, vielleicht einen Cappuccino neben dem Federer trinken und natürlich das Allerwichtigste, jede Menge Tennis schauen. Durch eure Spende unterstützt ihr Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung. Also es lohnt sich wirklich. Klickt auf viprice.org.marachmelzer und tut damit was Gutes. Wir drücken euch natürlich herzlichst die Daumen und hoffentlich sehen wir uns in Melbourne 2020. Euer Jürgen und euer Oliver.